Also seid ihr jetzt echte Schurken? Naja, äh, technisch gesehen nicht. Habt ihr jemals einen guten Gefangen genommen? Einen richtigen Superhelden? Nein. Habt ihr Ahnung vom Tarnen? Nein, nein. Also gut, ich verstehe. Also mach ich euch im Schnellkurs zu brauchbaren Schurken. Hey! Wir sind Nummer Netz, hey! Wir sind Nummer Netz. Und jetzt genau Netz hören. Ich muss euch mal zeigen, worum's Netz geht. Pass gut auf, damit ihr Netz steht. Wer die Nummer netzen will als netze Weg, kann Supernetz hangen und verpasst sie nicht. Los, los, los! Nun schleicht euch heran, wie ich es mach. Seid leise und vermeidet Netz. Pssst! Nein, nein, Netz weg! Wir sind Nummer Netz, ey! Wir sind Nummer Netz! Wir sind Nummer Netz! Los, nehmt dieses Netz! Jetzt wird er netzt! Wenn ich ruf Netz, dann werft ihr das Netz! 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 Das auf Spartakus tut, was Netz werden muss! Ein alter Netz, leicht auszumalen! Der Kerl rutscht aus auf den Netzschein! Ha 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 ha! Back to ging tank! Wir sind Nummer Netz! Wir sind Nummer Netz! Tschüss! Hey! Hey! Wir sind dumme Nets Wir sind dumme Nets Wir sind dumme Nets Hey, hey!